Willkommen, The Walkman, Podcast, mir macht den Menschen, 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 Menschen. Willkommen, The Walkman, Podcast, mir Let's go, lasche Ist der fein? Ja, das kann du ja Oi! Ist es englisch oder norsk? Ist es englisch oder norsk? Du kannst norsk auf norsk. Es ist ein Pod. Für die Leute, die sind ein bisschen verrückte. Wie war die Erfahrungen? Wie war das? Wie war das? Es schwir immer so viel. Jetzt ist es einfach so ein bisschen bürger. The Kiss of Chris. Aber wie war das? War das viel besser als Malreda? Ich synes es. Es ist nicht nur weil du hatte nerver? Ja, also ich gruei mich ein bisschen. Weil ich dachte... Ich kam nicht auf Twitch hier. Ich hatte ja zwei mega-bomberte. Gjorde du das? Ja. Ja, das eine war für viel kaffe und für ein bisschen mat. Es ist so schnell. Wie war das? Und ich war sehr hart. Und ich hatte briller. Und dann kjente ich... Ich wurde langsynt. Und ich war ein bisschen nära. Ich hatte problem mit dem zu sehen wie es war. Aber es war nicht so. Du fikk ein bisschen signatur von den ich komme zu få. Das war sehr hart. Du wirst mal nachsend. Ja, ja, ich kann es einfach um 25 Jahre lang, um 25 Jahre lang, um 25 Jahre lang, so kann man das. Will du wissen, was du nicht bekommst? Ja. Das erste, das ich dachte, dass es so gut ist, wenn es so gut ist, war es wirklich sehr schlecht. Da dachte ich, dass ich so ein Hjerne, so wie ein Hjerne. Ein Hjerne? So wie es ist, desto größer wird die Hjerne. So dass du mehr und mehr intelligent bist, desto mehr seksuell ist du war. Ja. Ja. Men den hatte ich tegnet ganske dårlich, antagelig. Ich weiß gar nicht was man tegner. Ja, ich finde es wie ein mega dårlig klodel, liksom. Ja. Und alternativ 2, das war nur ein Hjerne und Kuck. Ja, das war ein Hjerne und Kuck. Ja, das war ein Hjerne und Kuck, für das kann ich ja, dass du to Kuck ist. Ich bin überlässig. Ja, du war ein Alternativ 3. Ja. Ja, aber es war ein bisschen so lang. Oftest würde ich dra signaturen ein bisschen. So? Ja. Ja, ich bin überlässig. Ja, ich bin überlässig. Hade du plasta für Hjorten? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Men da hatte du dirra i Hjelmen, ikk sant? Åh, fy. Ja. Ja, ja. Ich bin überlässig. Ja. Ich bin überlässig. Ja. 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 Ja, ja. Juck hart! Das war's. Das war's.